Yo Leute, was grad? Mein Name ist Jake. Heute machen wir ein neues Video und heute habe ich ein Special Gap. Guckt euch den an. Okay, heute zeige ich euch meine Dusche und das wär's dann eigentlich. Also schau. Was sind die Leute? Da. Da sind sie. Ja, ne? Also heute, sorry, heute mache ich ein neues Video. Okay, reicht. Okay. Denn heute... So, hast du schon auf den Boden gefallen oder was du... Warte, zeige ich euch mein Badezimmer. Echt klein. Hier. Guckt's. Warte, lass aus. Schau. Okay Leute, im Dunkel. Hier. Ja, ich weiß, es ist sehr, sehr dunkel. Aber das Licht ist so stark. Es ist sehr, sehr dunkel. Mich kann man sehr gut sehen, aber sehr schlecht. Oh, du bist aus dem Boden gefallen. Okay, das ist ein bisschen zu dunkel. Nein, 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 nein. Lars, Lars, das ist dunkel. Du wirst es fahren? Hier seid ihr. Da seid ihr. Jürgen. Ich kenne da einen sehr... Ich kenne sehr coole Menschen. Mich. Nein, das seid ihr, Leute. Ihr seid die Bade. Macht das aus, Mann. Okay. Okay. Ich muss ganz schnell auf Toilette, aber ich halte es noch aus. So, ich bin mir dabei. Nein, nein, nein. Ich mache das. Okay, machen wir Licht auf? Nein. Okay. Das ist Lichtverschwendung. Geldverschwendung. Oh, ich habe gar nichts mehr gesehen. Das war wirklich. Ich hatte die Zeit, ich muss auf Toilette sein. Ich habe gar nichts mehr gesehen. Ich habe gar nichts mehr gesehen. Aber ohne nicht. Ja. Digga. Das war Boris. Ist der Kameramann? Jo, Leute, etwas graben hier. Guck, wie lang? Ja? Nein. Oh, keine. Junge, du Arschle. Wolltest du? Mann, warum machst du das? Ich würde gar nicht sehen. Okay. Okay, Leute, wir machen weiter mit diesem Video. Ja, ich war gerade auf Toilette. Übrigens, ich zeig euch was. In diesem Nebenzimmer, da ist die Toilette. Ich kann sie euch zeigen. Ich kann sie euch zeigen jetzt. Ich zeig sie euch, okay? Habe ich tot. Bist du, bist du lieb? Das ist mein Bro. Nein, Spaß, das ist die Toilette. Was machst du da drin, den ich mache? Was? Auf Toilette gehen. Hier ist Dings, ich werde es nicht halten, weil sonst werde ich die angetreten. Das Toilettenpapier. Hier, ganz wichtig, falls man mal... Was hieß das? Keine Ahnung. Falls man mal einen großen machen muss. Genau hier ist das perfekte. Bei großen, ja, schließt. Ja, also Geschäfte erledigen, ja. Geschäfte. Ja, wir sagen halt nicht das Hauptwort. Ich will schon. Hm, macht man das? Ja, genau. Ja, genau, ist süß. Ich mach die Tür ab. Hörst du. Hm, ruhig, ruhig. Wen... Wer sieht cooler aus von euch? Bitte stimmt für mich, weil ich bin sein bester Freund. Wir sind beide gleich aussehen. Wir sind Brüder. Ja, okay, Brüder nicht. Aber guckt ihn euch an. Ähm... Ich war für das ein Kameramann, aber jetzt bin ich ein YouTuber. Gigi, Gigi. Hör auf, Mittelfinger zu zeigen. Ich hab Gigi, so. Achso, zeig ja. Gigi, Gigi. Das ist Mittelfinger. Du Kleiner. Leute, ihr... Nicht so, Gigi. Sei leise, sei leise. Leute, ihr müsst jetzt erraten... Leute, ihr müsst jetzt erraten, wo ich stehe. Amann, du sagst es nicht. Okay, egal, Leute. Hast du mal gesagt, bitte abonniere, nettes... Abonniere, nette... Das vergesse ich immer. Ja, lass dein Like da. Tut bitte abonnieren. Lass deine Glocke da. Tut bitte ein nettes Kommentarschreier. Schreiben. Das war sehr cool. Ist er ein Fett? Was hast du gerade gemacht? Wer ist denn das? Mein Arsch. Du bist wirklich ein Arsch. Mach dir da. Das ist so komisch. Leute, ich sag euch jetzt, wo ich bin. Ich bin gerade im Badezimmer. Nein, du darfst es nicht sagen. Ich bin gerade im Badezimmer. Im Badedusche. Wir haben nur eine Dusche. Deswegen... Sag Hallo. Hallo, Leute. Hallo, Handy-Mensch. Junge, aber ich will dir nichts zum Glänzen bringen. Sorry. Das war mein Freund. Mach das Handy nicht aus. Mein Handy ist zu. Mach das Licht aus. Okay, Leute. Yo. Wir müssen jetzt ein Like aufhören. Wir bringen vielleicht heute sogar noch ein Horror-Video. Oder vielleicht auch... Auf meinen YouTube-Kanal. Nein, auf meinen und auf seinen. Bitte lass auch ein Like bei Ihnen da. Bitte, bitte. Ich habe nur 15 Abonnenten. Digga, 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 digga. So werden die, glaube ich, keinen einzigen Like da lassen. Okay, dann. Ciao. Ciao.